Musik 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 Genau. Terror School. Wir spielen auf der Map Teen Room. Mit den coolen Leuten hier. Und dann würde ich doch sagen, beginnt die Runde gleich und ich guck mal, was ich machen kann. Dass ich auch auf jeden Fall Traitor werde. Auf den einen Server kann man sich ja Traitor sozusagen kaufen, also dass man öfter Traitor wird, weil man Geld dafür ausgibt. Bist du nicht ziemlich behindert, aber Sachen gibt's. Ui, ich bin Detective. Erstmal mich töten. Erstmal mich töten? Bist du also Traitor, oder was? Ich weiß es nicht. Hm, okay. Assator bei mir. Assator, hör auf, auf mich zu zielen. Hä? Entweder ist er gerade gelaggt, oder Assator hat sich wegteleportiert. Wir sind nur zu viel, was der Hölle? Ich beschütze unseren, ähm, unser Detektor Geh weg Alter Schütze dich What the fuck Nein Easy Ich lebe ihn noch, ja, ich habe ihn gerne hatten Hauptsache wir sind nur noch zu viert, vorher waren wir viel mehr, aber okay Das ist ne Top-Sache War lieber zu wenig als zu viele, ganz im Ernst Ich finde ich auch so Aber es soll ein zwei Traitor sein Ja, das ist wohl so Boah, ich muss mir nachher nochmal Texturen holen Oh ja Tu das Oh, Chilok, komm zu mir Alter Ich trau mich nicht mit dem Bank Ja, dann komm nicht zu mir Alter Oh, nice Oh, nix Oh, nix Oh, nix Weißt du wer? Ja, ich glaube, das war Dingens Äh, wie heißt der Typ schon wieder? Crazybrain war das Da ist die gleiche Du ich habe noch nie den Babyloungeer benutzt Nein, ich wollte das Baby ausprobieren, ich habe es doch nie benutzt, ich dachte es ist wie eine Melone Oh Gott, ich bin so ein Vollidiot Oh nee, das fliegt Ja, das äh, ja Ich dachte nicht dann, dann hat mehr Reichweite Ich habe ab und zu Frame-Einbrüche, das ist echt nervig Zum Glück habe ich hier auf dem Server eigentlich keine Frame-Einbrüche Dafür habe ich eine Negev Ich bin bei Knack, bei Knack Oh Gott Okay WTF Alter, seid ihr irgendwie behindert? Ihr wart alle nicht Trait oder was? Ah, jetzt gibt es zwei Nein, nein, Alter Bist du das, was er euch killt? Hör auf, hör auf Ich will es nicht Der hat angefangen zu schießen, der andere Ich war das nicht Das war ein Traitor Genau, schieß es auf dich Ich habe auf den Geschossen Knack, bring mich nicht um Alter, wie behindert muss man ja nicht sein als Innocent Ich habe auf den Traitor geballert Gut, gut, vielleicht war da Blümchenhexe noch dazwischen Knall, Alter, ich habe auf den Traitor geballert Ich bin der Ghetto-Tub hier, der erst überlebt, ja Ja, du bist anscheinend der coolste von uns Definitiv Hundertprozentig Und das ist tatsächlich Hallo Hallo Ja, guten Tag Und das ist nur ein Traitor Und das ist nur ein Traitor Und das ist nur ein Traitor Warum nicht? Weil ich das Spiel nicht cool finde Traitor Endlich mal wieder Traitor Ich töte dich jetzt Ernsthaft? Ja Du hast nur ein Traitor Du hast nur ein Traitor Ja, ich bin gar kein Traitor Ja, ich bin gar kein Traitor Ja, ich bin gar kein Traitor Dein Ernst Werden wir sehen Ja, das werden wir auch sehen Nein Ich bin gar kein Traitor Ich stehe bei Dete, wo bist du? Okay, Blümchenhexe ist es. Hey! Der ist runtergesprungen zu einem Mono. Ich bin vorbei. Ja. Wow, aber ich denke jetzt, dass wir es noch mal lachen können. Blümchenhexe macht das so bütend wie jedes Mal. Blümchenhexe, du kannst nix und du wirst es nie lernen. Yeah. Benjamin, Blümchen. Blümchen. Kannst du eigentlich auch reden, Blümchenhexe? Nö. Nö. Ich bin verschluckt. Und dass sich die Zunge am Gaumen verhangen. Ja, es macht nichts. An der Zahnlücke. Ja, ne. Klingt gesund. Natürlich. Jemand hat direkt auf mich geballert, ne. So, wer Diskuswerft des KWS. Wer hat jetzt Diskuswerft des KWS? Wer ist? Blümchenhexe hat vorher schon auf mich geschossen. Blümchenhexe ist es wahrscheinlich. Ah, Jimmy, weil sie grad töten? Nein. Blümchenhexe. Blümchenhexe hat nen Diskum geschmissen. Okay. Ja, solche Leute sind KWS, also töte ihn. Blümchenhexe. Oh, du hättest gesagt. Ich hab die Lassen erschaffen. Tut mir leid. Oh, Mann, Alter. Tut mir leid. Tut mir fucking leid. Hey. Chris Crow ist noch nicht. Scheißegal. Du glaubst uns hier in den Weg. Als ich schießen will. Aber Blümchenhexe, du bist einfach nen Mongo. Ganz im Ernst. Egal ob du nen Vibe bist oder nen Typ. Du bist einfach nen Spaß. Was machst du? Was machst du? Unglaublich. Ohne Spaß. Unglaublich. Ich bin enttäuscht. Ich hab bis jetzt immer daran gedacht, dass auch Hexen und Magier eine gute Seite haben und dass sie eigentlich das Volk verteidigen gegen Drachen. Aber nee. Alter, ich hab grad die übelsten Lacks. Ich glaub nicht, dass sie das grad alles gehört oder verstanden haben. Aber ich mach gar nix mit dem Internet. Eigentlich sollte es gut sein. Ich glaub, es ist eher der Server. Chris Crow hat keine Ehre. Chris. Ah. 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 So regt man sich auf, Junge. Ah. Ah. isti. Ah. 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 So, endlich ist auch das spannende Duell fertig. Ja, würd ich jetzt auch so machen als Traitor? Oder würdest du den verschonen? Ja, ich weiß nicht, was grad los ist, ich hab eigentlich gehofft, dass das der Server ist. Versteht ihr mich überhaupt? Versteht ihr mich? Hat jemand ne Degel gesehen? Ja, wir verstehen dich. Disco K.O.S. Ach, was hat er wohl die Schnecke fast gemacht? Wenn auf ihn geschossen wurde, ist er safe. Ja, weil es auch gar keine RTM gibt hier. Aber es ist bestimmt schon was safer als die anderen. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Never trust anyone, hey? Sind wir in Faustkampf wieder? Ich habe schon einen Ding. Auf dem drauf. Sind wir in Faustkampf? Ah, hast du in der Disco geworfen? Nein. Ah, da hat grad jemand ne Disco rausgeschmissen. Ich hab nichts mehr gesehen. Das ist der Blümchen Echse. Warte! Ich mach den weg! Nicht schießen! Es tut mir echt leid, als ich grad solche Lacks habe. Das ist äh, nicht wirklich feierlich. Das ist krieg, was nicht alles los ist. Leider kann ich daran grad nicht viel ändern, machen wir jetzt mal. Ah, das mag ich eigentlich nicht mehr Solidarität. анныеing. Alter Alter, diese scheiß Legs, ich hafte auf Aufnahme, wie ich ihm zweimal nen Headshot gedrückt hab, ne? Zweimal mit der Desert Eagle, es hat Blut gespritzt, er stirbt einfach nicht Ja, ich war halber HFK Ja, deshalb würdest du trotzdem sch- Ich hab dir zwei Headshots gegeben mit der Desert und du bist nicht gestorben, Alter Scheiß Ping Also ich glaub, man muss ein bisschen morbeln und tiefer urteilen Ja, wird einfach nen guten Ping haben Tut mir leid, ich muss kurz was regeln Oh, jetzt geht's weiter Oh, jetzt machen wir ne... Jetzt machen wir ne Remington Runde, ne? Okay, ne, doch nicht Okay, ne, doch nicht Oh, shit Pump Shotgun bei T-Log Ja, was ist? Ja, du hattest ne Schrotze und nicht ne Pistole und dann muss ich äh sagen, was los ist Sonst geh ich hier noch taub Weil der mich nervt Da muss eigentlich das Machtwort gesprochen werden Welches Machtwort und bei wem? Bluemchen ist ... Bluemchen ist Proven Traitor Bluemchen ist Proven Traitor oder Proven Inno? Bluemchen ist Traitor Okay, gut so Er ist Inno Äh Deti, wieso schmeißt du hier Granaten runter? da ist klar durch die inzidief laufen ich bin auch nicht mit ihm geschossen auch nicht mit ihm geschossen ich bin innocent ja und wo? ich bin prüfen ja ich muss jetzt hier weg ne sorry ich konnte grad nicht so viel reden ich musste mich konzentrieren ja und da warten wir bis sich der dete zeigt alle tot bis auf den dete ah ne hier unten ist noch einer helft leben noch drei stück einer ist auf dem bett drauf und einer ist irgendwo in dem regal gewesen gerade einer ist unten am monopilbrett einer ist unten am monopilbrett nein nein ja bin ich auch darf ich da nicht sein oder kommunizierst du mit deinem traiter ähm ich bin innocent unter uns ist der Tractor ich bin innocent das ist eh ich bin innocent unter uns war grad einer da umgekehrt wo ich das hingeschossen hab mir lecker tut mir leid ich vermute ich geh's nicht halten jetzt Tractor tractor ist da Tractor ist da Tractor ist da Tractor ist da ich Tractor ist auf jeden Fall da durch ja das mag sein bei mir lag das so hart, ich hatte nichts mehr ich hatte mir lag das so hart ja bei mir lags gerade auch bisschen aber es war schon mal schlimmer jetzt heute ich weiß, ich kann nicht grad, ich schätze nicht wo ich stehe die ganze Zeit das ist nicht so gut also ich typier mich mal an, nicht schnell wo ich verpasste die ganze Zeit das ist scheiße ich will nicht nach oben ah dann scheiß Teil ja aber wie warst du da oben? das war doch cool bei mir warst du hast du zu zweit gewesen? ja, mir waren auch zwei Leute ich hab dich mit dem Headshot weggemacht als du da nach oben geguckt hast das war so tja also liebe Leute für heute ist die Folge auch schon wieder vorbei und ich wär froh wenn ihr wieder einschaltet das nächste Mal wenn es heißt die 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 die